Hey, hallo zusammen, hier ist Maxi Mustermann. Ich stehe total auf Unboxing-Videos. Und bald ist Bundestagswahlkampf. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse mir mal das Programm der Partei Die Linke zukommen. Wahlprogramm, mal schauen, was da so drin ist. So sieht das ganze Päckchen aus. Schön in Ökopapier. Hello. Klar. Cut it like it's hard. Ich brauche gar keinen Cutter. Und klassisches Rot. War ja irgendwie zu erwarten. Was ist da vorne? Sozial gerecht Frieden für alle. Ich schlage einfach mal irgendeine Seite auf. Flattersatz, linksbündig, klar. Was sonst? Ich schaue mal auf Seite 1. Gute Renten für alle. Für eine vielfältige, partizipative und einzugängliche Kultur. Nein zum Krieg. Für eine demokratische und gerechte Welt. Auslandseinsätze beenden. Gute Arbeit für alle statt Niedriglöhnen. Die Mieten runter. Yes, yes! Auf jeden Fall. Hört sich irgendwie gut an. Die Lelig.